Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 110. Episode von Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Münster, wieder mit der Hoaxminister Alexa. Hallo alle zusammen. Und dem alten Hoaxmaster. Alt wie so alt. Ach, ich bin so alt. Aber das machen wir ja, wir dürfen ja nicht mehr frei reden am Anfang der Sendung, sondern sollen uns ja ganz kurz nur fassen. Ich möchte euch an der Stelle aber schon mal ein frohes neues Jahr 2013 wünschen und hoffen, dass das Jahr 2013 für uns genauso verrückt wird, wie das Jahr 2012 oder noch verrückter. Und das Gleiche für euch natürlich gilt. Und damit machen wir erstmal weiter mit einer völlig verrückten Story der Woche, oder? Ja, eigentlich, ich muss jetzt umschalten auf tragisch. Die ist eigentlich nicht verrückt, sondern tragisch. Ja, dann machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche befasst sich diesmal mit einem Thema, was wirklich garstig und grauselig ist und wirklich seinesgleichen sucht. Es geht darum, dass an berüchtigten Grenzübergängen immer wieder von reisenden Kinder entführt werden. Diese kleinen Kinder, Babys, um genau zu sein, tauchen dann kurze Zeit später wieder auf. Und die Grenzschutzbeamten oder vielmehr die Zollbeamten, die dort an diesen Grenzen zu tun haben, machen dann wirklich teilweise sehr traumatisierende Erfahrungen. Nämlich, wenn ihnen das merkwürdig vorkommt, dass bestimmte Leute da gerade mit einem Baby reisen, die eigentlich gar nicht den Eindruck machen, mit einem Baby reisen zu dürfen. Und dann wird mal genauer nachgeschaut. Dann kommt es immer wieder vor, dass entdeckt wird, dass das entsprechende Kind brutal ermordet worden ist, ausgeweidet worden ist und zum Kokainschmuggel in der Bauchhöhle missbraucht worden ist. Und das ist dann natürlich ein Thema, was an Tragik und Grausamkeit wirklich kaum zu überbieten ist. Und man weiß inzwischen auch schon, die Beamten, die dort Dienst versehen, das kommt natürlich gerade Mexiko und so weiter vor, darauf hin, dass sowas passieren kann und versucht sie eben auf diese mitunter sehr traumatisierende Erfahrungen vorzubereiten. Keine schöne Geschichte. Nee, keine schöne Geschichte. Aber vielleicht besteht ja noch die Hoffnung, dass sie nicht wahr ist. Ja, das schauen wir mal. Und dann machen wir erstmal mit einer noch viel weniger schönen Geschichte weiter. Thema der Woche Ja, im heutigen Thema der Woche haben wir nochmal Dinge aufgegriffen vom angeblichen Weltuntergang, der uns ja bevorstand, nämlich so die Themen Verdammnis, Ende der Menschheit und ja auch das Thema Hölle sicherlich Bestand halten und es geht um ja eine Geschichte, die sich ja so Ende der 80er Jahre, die Quellen streiten sich da so ein bisschen, aber man hat sich ja generell Ende der 80er Jahre geeinigt, in Russland ereignet hat, in Sibirien. Also die Frage, ob die Hölle ein metaphorischer oder ein realer Ort ist, hat sich eigentlich, ja auch wenn das nur immer wieder mal hohe Wellen schlägt und dann wieder aus den Medien verschwindet, doch damit dann beantwortet, letzten Endes. Genau. Ja, also wir haben uns mit dem Thema befasst. Es geht um Folgendes. Wir schildern vielleicht kurz zunächst mal die Fakten. und zwar geht es um eine Gruppe von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Azarkov, die in Sibirien den Auftrag hatten, so tief in die Erde zu bohren, wie sonst keiner bisher. Es gab also ein Bohrloch, das die Amerikaner hatten. Sie haben den Rekord gehalten, ich glaube bei neuneinhalb Kilometern Tiefe. Genau, und das sollte also von den Russen gebrochen werden. Einerseits natürlich in den Nachwehen des Kalten Krieges, weil man es den Amis mal wieder zeigen wollte. Zum anderen war es natürlich so, dass es sich dort um eine Bohrung von Geologen gehandelt hat und von anderen Wissenschaftlern, die sich natürlich mit dem Inneren der Erde befassen wollten, um Dinge wie Plattentektonik und derlei Dinge. Aber auch Rohstoffe, die man dort dann aus dieser hohen Tiefe, aus der sehr großen Tiefe bergen kann oder auch nicht. Ja, das war natürlich die Hoffnung der russischen Führung, dass sie da auf die ein oder andere Diamanten, Gold oder sonst wie Fundstelle stoßen, um dann das hinterher ausbeuten zu können. Das war natürlich ein weiterer Aspekt dieser Geschichte. Sie bohrten sehr, sehr tief, sind bis knapp 14 Kilometer Tiefe tatsächlich gekommen, was eine unfassbare Tiefe ist. Also wer sich damit mal befasst, der kann dann mal nach googeln, so die tiefsten Bohrlecher, das ist schon richtig, richtig, richtig tief. Und dann geschah etwas ganz, ganz Merkwürdiges. Ja, sie haben dann allerdings noch weitergebohrt und bei 14,5 Kilometern, da geschah es. Also der Bohrer ist dann im Prinzip eingebrochen. Das ist ja, als ob der auf einmal trocken läuft. Das heißt, man merkte, der drehte quasi durch, man merkte, dass er nicht weiterbohrt und hatte dann festgestellt, dass man auf einen Hohlraum gestoßen ist. Und das kam den Forschern dann wirklich doch sehr merkwürdig vor. Also das war nicht nur irgendwie so eine kleine Tasche, kleine Höhle oder so, das schien ein richtig großer Hohlraum zu sein. Ja, man wollte dann natürlich nachschauen, was dort unten ist, warum da ein Hohlkörper ist und hat dann also eine Messeinheit hinuntergelassen, an der auch ein hohempfindliches Mikrofon angebaut war, weil man natürlich mit diesem Mikrofon die Geräusche der Plattentektonik aufzeichnen wollte. Das war der ursprüngliche Grund. Hat dann festgestellt, dass es gut 2000 Grad Fahrenheit dort unten waren. Das sind round about 1000 bis 1100 Grad Celsius, wenn ich das richtig umrechne. Und hat festgestellt, also das war ganz ungewöhnlich heiß. Ja, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich heiß und das Mikrofon hat auch nur 17 Sekunden aufzeichnen können, bevor es dann gerade noch geborgen und dann halb geschmolzen irgendwie hochgeholt werden konnte. Genau. Und was man aufgenommen hat, das ist nämlich genau das, um was es jetzt hier in dieser Episode gehen soll. Denn man hat Geräusche aufgenommen, die man, ja, ich spüre euch das erstmal vor, dass das, was die aufgenommen haben, was das war. Und dann können wir gleich mal darüber weiterreden. Und dann können wir gleich mal darüber reden. Ja. Das klingt nicht sehr gemütlich. Ja, also man hat erst überlegt, ob das irgendwie Geräusche sind, die fehlgedeutet werden. Also ob das irgendwie, ja, Tektonik ist, die da irgendwie aufgezeichnet worden ist und die dann irgendwie so ein bisschen merkwürdig klingt. Man ist dann aber auch nach Analyse eben übereingekommen, dass es sich tatsächlich um Schmerzensschrei, um Entsetzensschrei menschlicher Stimmen handelt. Es ist unglücklicherweise auch noch mehr passiert. Es ist nicht nur bei dieser Aufnahme geblieben, sondern als man diese ganzen Sensoren wieder bergen wollte, ist eine furchtbare, ja, Gas, man kann schon fast sagen, Gas entströmt diesem Loch. Und am Himmel erschien dann auch irgendwie eine flammende Schrift. Die aus dem Gas gefunden, so flussfonduzierendes Gas. Genau, genau. Und diese Schrift besagt dann, ich habe erobert. Ja. Also man konnte nicht mehr umhin und man konnte auch nicht mehr leugnen, dass man dann tatsächlich wohl, ja, an einen Platz gekommen ist mit diesem Sensor, der der Hölle wirklich ziemlich nahe kommt. Und dieser Wissenschaftler, der Asakov, hat auch in einer Stellungnahme hinterher veröffentlicht, er würde weder an den Himmel glauben, noch an den christlichen Gott. Aber jetzt würde er auf jeden Fall an die Hölle glauben. Das heißt also, ja, er ist auch durch diese Erfahrung wirklich geläutert worden. Die Leute sind dann übrigens von der Bohrstelle, die Wissenschaftler der Vollständigkeit halber, haben natürlich sofort Meldung der russischen Führung gemacht, sind abgehauen. Das hatte zur Folge, dass ein Sondereinsatzkommando dort eingeritten ist der Russen. Die haben zunächst mal die Aufgaben, Aufnahmen alle sichergestellt und haben einem Großteil der Leute auch Medikamente, Betäubungsmedikamente gegeben und so einen Drogencocktail. Die haben die sediert, genau, um das Kurzzeitgedächtnis auch zu löschen. Genau. Die Geschichte ist erst mal in den 90er Jahren des letzten Jahrtausends thematisiert worden, da primär in den Vereinigten Staaten. Da gab es einige Medienberichterstattungen, aber gerade schon, wie du sagst, erst nachdem dieses eindrückliche Audio-Fragment dann aufgetaucht ist, hat der Geschichte natürlich noch mal mehr Wind unter den Segel gegeben. Und im Moment hat man nicht wirklich eine Erklärung für das, was man da gehört hat, was dort passiert ist. Dr. Asakow, hast du ja schon gesagt, wie der sich äußert. Der Rest der Wissenschaftler kann sich schlecht oder gar nicht an die Geschichte erinnern. Da haben offensichtlich die Drogen der russischen Führung gut funktioniert und das ist eine sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie der Asakow dem Räumungskommando da entkommen konnte. Da fehlen leider die Fakten dazu. Tja, so kann man die Geschichte finden im Internet, die wir euch gerade erstellt haben, die entweder heißt Drilling to Hell oder The Well to Hell bei Wikipedia oder aber auch das Anbohren der Hölle auf Deutsch oder Die Geräusche der Hölle. Eine ganz interessante Geschichte, die, wenn wir sie euch so erzählen, auch ganz, ganz spannend klingt. Aber natürlich kennt ihr Huxley und Huxley hat auch 2013 natürlich nicht das verloren, was wir unseren eigenen Auftrag nennen. Denn da ist natürlich erstmal per se überhaupt gar nichts dran an dieser ganzen Geschichte. Außer, dass es eine tolle Geschichte ist. Außer, dass es eine tolle Geschichte ist und natürlich ganz klar in die Kategorie der Urban Legends gehört. Aber eine sehr, sehr schöne Urban Legends. Und die auch wirklich nicht tot zu kriegen ist, denn es ist tatsächlich so, dass die seit 89 vielleicht mal ein paar Jahre verschwunden ist, aber dann irgendwie wieder aus irgendeiner Ecke hervorgezaubert wird. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, gerade die christlichen Medien in den USA sind natürlich extrem auf diese Geschichte angesprungen und haben sie auch, ohne sie zu überprüfen, eben als Fakt so gesendet und verbreitet. Also ich muss der Fan es halber sagen, es gab auch ein paar, die sich kritisch geäußert haben, die gesagt haben, hey Moment mal, das kann aber irgendwie nicht so wirklich sein. Aber so die Hardcore-Evangelisten, die neigen natürlich eher dazu, das als Beweis der Hölle anzusehen. Aber was ist der Hintergrund der ganzen Geschichte? Also man stößt im Netz übrigens auch, wenn man nach Hölle sucht und nach diesen Stichworten auch ganz oft auf so Internetseiten, die auch vom Aussehen her, also so mit schwarzem Hintergrund, gelber und roter Schrift, wo dann die Wörter Hölle und Gott in Rot in so einer 20er Schriftart erscheinen. Wir sprechen nicht von Wolfgang Petri. Genau. Und die benutzen ganz oft diese Geschichte und auch dieses Audio-Stück als Beleg dafür, dass die Hölle real ist und benutzen das dann und zitieren dann Bibelferse und dann wird dieses Geräusch, kann man sich dann anhören und dann wird halt gesagt, wenn du nicht deine Sünden bekennst, wirst du genau da hinkommen. Das Erste, was ich gedacht habe, als ich diese Audioaufnahme gehört habe, da musste ich sofort an den Film von Winde verweht denken, weil da gibt es eine Szene, wo Scarlet aus Charleston oder so flieht und da ist so ein schreckliches gelubtes Schreien im Hintergrund. Also wo du genau hörst, dass die irgendwie eine Sequenz von zwei Sekunden immer wieder abspielen, so als Geräuschkulisse und das ist irgendwie so, also von der Qualität her klang das recht ähnlich. Es gibt, also dass das irgendwie digital bearbeitet worden ist, dass das mit Effekten irgendwie hergestellt worden ist, dieses Audio-Material, da sind sich eigentlich alle einig. Die Frage ist jetzt nur, woher derjenige, der das gemacht hat, der übrigens bis heute nicht gefunden wurde, die Samples hat, die er da benutzt hat. Es gibt da Quellen, die sagen, das ist irgendwie ein Film aus den 70ern, der heißt irgendwie Baron Blood. Ein ganz irrer Film muss das sein, den muss ich mir unbedingt noch angucken. Den gibt es noch bei YouTube übrigens, das werden wir auch mal verlinken. Ich kann die Geschichte gerade mal vorlesen, die Kurzzusammenfassung, die es bei YouTube gibt. Ich rufe mir das mal auf. Ein junger Mann, ich übersetze jetzt mal simultan, Peter, returned, das ist auch schön, also kommt zurück nach Österreich auf der Suche nach seinem Erbe. Dort besucht er das Schloss seiner Vorfahren, ein sadistischer Baron, der zu einem brutalen Tod verflucht wurde von einer Hexe, die der Baron am Pfahl verbrannt hat. Ach, das ist das, das ist, das ist, das ist, das ist da, das findet er in seinem, in dem Schloss. Der Satz macht im Englischen auch nicht ganz gut. Wie, wie, was? Ach so, dort besucht er das Besuch, das ist das Schloss eines, eines, eines Verwandten. Jetzt verstehe ich es, der Verwandte ist der sadistische Baron. Und Peter verließ laut die Anrufung, die dazu führt, dass der Baron Blood zurückkehrt und nun seine mörderischen Qualen fortführen kann. Dumm gelaufen. Warum macht der auch so was? Ja, ist gut. Gut, also das ist dieser Film und da gibt es also eine Stelle, da gibt es auch ein YouTube-Video, das können wir nochmal euch zeigen. Wo tatsächlich so Schreie vorkommen. Aber also es ist, es unterstützen nicht alle diese Theorie. Also die, diese Schrei-Samples können natürlich auch von, weiß der Geier woher stammen irgendwie, aber das passte gerade so schön mit diesem Baron Blood. Was wir euch da vorgespielt haben, ist auch das, was in den meisten Videos, die man so auf YouTube und im Netz findet, als die Schreie angegeben wird. Auch das, was in dem amerikanischen Radiosender, Alex hat das ja schon gesagt, Anfang der 2000er Jahre dann abgespielt worden ist. Es gibt natürlich jetzt inzwischen zahllose andere Videos, wo dann immer gesagt wird, und das ist das, was sie hören. Und da wird natürlich jetzt tief in die Trickkiste aller möglichen Horrorfilme gegriffen. Ich habe eine Stelle gehört, die klang für mich so ein bisschen wie aus dem Film, wie hieß der, da an diesem schwarzen Loch, dieser Horrorfilm. Event Horizon? Event Horizon, genau. Wo dann mehr so eine Frau am Schreien ist. Es gibt ein Video im Netz, das werde ich aus bestimmten Gründen natürlich nicht verlinken. Da klingt es sehr danach, als ob Anneliese Michels da reingeschnitten worden ist, über die wir ja auch eine Folge gemacht haben. Also da gibt es natürlich inzwischen viele Variationen und da möchte ich an der Stelle das Wort Meme auch nicht benutzen. Aber da gibt es natürlich viele Variationen. Aber das, was wir euch jetzt gerade eingespielt haben, ist das am weitesten Verbreiteten. Aber wir können natürlich noch viel mehr euch erzählen zu dieser ganzen Geschichte. Ja, damit ist es noch nicht getan. Das wäre jetzt ja relativ schwach zu sagen, die Audiodatei ist komisch. Also der wichtigste Umstand ist, dass es so eine Tiefenbohrung in Sibirien nie gegeben hat. In Sibirien nicht. In Sibirien nicht. Also Russland schon, aber nicht in Sibirien. Aber in Sibirien hat niemand eine Tiefenbohrung gemacht. Es hat eine Tiefenbohrung gegeben. Und zwar auf der, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, auf der Koller-Halbinsel. Das war auch die Koller-Bohrung. Die Koller-Halbinsel liegt direkt so, das ist eine Halbinsel. Also die ist sehr weit entfernt von Sibirien. Das ist so nordwestlich, einige Kilometer nordwestlich von Sibirien. Kurz vor Norwegen und Finnland. Genau, grenzt an Norwegen und Finnland. Und interessant finde ich eben auch die Tatsache, dass diese super tiefe Bohrung an der Grenze zu Finnland stattgefunden hat. Wir werden gleich sagen, wie weit die gekommen sind und wann das eingestellt ist. Aber man kann die Quellen dieser Urban Legend zurückverfolgen zu einem christlichen Sender in den USA. Der sagt, er hätte finnische Medienmeldungen als Quelle bekommen für diese Meldung über das Bohrloch zur Hölle. Und das passt dann schon wieder zumindest ins geografische Bild, wenn das ausgerechnet wohl aus Finnland stammt und da die ersten Gerüchte entstanden sind. Aber machen wir noch ein bisschen weiter. Also die Bohrung auf der Kollerhalbinsel ist, und da habe ich euch am Anfang keinen Blödsinn erzählt, tatsächlich so im Rahmen des Kalten Krieges entstanden. In den 70ern. Genau, im Mai 1970 haben die nämlich angefangen zu bohren. Sie haben auch sehr, sehr weit gebohrt. Die haben tatsächlich bis auf eine Tiefe von... 12.200 Meter sind die gekommen. Ich habe hier sogar eine Quelle, die davon berichtet, dass sie bis auf eine Tiefe von... Ach nee, es sollte auf 15.000 Meter hinabgehen. Genau, du hast da natürlich halt... Und es waren dann 12.272 Meter, die sie erreicht haben. Und damit haben sie den Rekord natürlich tatsächlich geknackt. Genau, die Amis waren bei knapp 9.500 Metern, etwas mehr. Und sie waren dann bei 12.000 Meter. Was man an der Stelle zum Beispiel mal sagen muss, wir haben vorhin die Temperaturen genannt. Und die Temperaturen lagen so bei... Genau, also man hatte vermutet so 100 Grad. Es war deutlich heißig. Es waren dann tatsächlich 180 Grad ungefähr. Und das war auch der Grund, warum man dann die Bohrung eingestellt hat. Also das Ganze ist... Also 1989 haben sie dann tatsächlich so weit gebohrt und haben das auch ordentlich gefeiert. Dann haben die erst mal irgendwie das Projekt ein bisschen eingestellt und haben erst mal gefeiert. Und dann irgendwie in den 90er Jahren haben sie es ganz sein gelassen, weil es einfach viel zu teuer ist, bei diesen hohen Temperaturen das Werk zu vollenden und weiter zu bohren. Das heißt also, dann müsste man wesentlich bessere technische Mittel haben, bessere Bohrköpfe und so weiter. Und das hat sich dann einfach nicht mehr gelohnt. Alle Wissenschaftler, die sich mit dem Thema befasst haben, sagen dann auch, dass also wenn also schon 180 Grad Celsius so große Probleme machen, bei 1100 Grad Celsius kann man gar nicht mehr bohren. Die Grenze, bis zu der Bohrköpfe funktionieren, liegt so bei etwas mehr als 300 Grad, hatte ich in einer Quelle gefunden. Das heißt, alles, was da drüber liegt, wird dazu führen, dass man sowieso nicht mehr vernünftig bohren kann. Also auch da ist also diese Temperaturangabe, die in den Videos und Quellen genannt wird, natürlich auch völliger Blödsinn. Ja, lustigerweise sind die Wissenschaftler, auch nachdem man die ganze Bohrerei eingestellt hat, noch ein Weilchen dageblieben. Die wollten dann wahrscheinlich noch Sachen auswerten und noch wissenschaftlich weiterarbeiten. Und dann so in den 2000ern, so um 2005 rum, hat man das komplette Projekt halt eingestellt und wollte sich dann dort zurückziehen. Und dann haben die versucht, diesen Bohrturm einzureißen. Die haben zum Beispiel versucht, mit so einem LKW oder Sattelschlepper oder weiß der Geier was irgendwie da dran zu reißen und den halt irgendwie umzureißen. Dabei ist dann noch fast die Achse gebrochen. Und auf jeden Fall haben sie das Ding nicht vernünftig kaputt gekriegt. Und so halb abgerissen steht es da auch heute noch. Und man kann sich das angucken, schaut ziemlich spooky aus. Ja, und es gibt so einen Zeitungsbericht, den werden wir euch verlinken, wo dann so ganz suffisant gesagt wird, man hat dann eben versucht, das Tor zur Hölle abzureißen. Ja, wieder zu verschließen, damit der Teufel nicht mehr rauskommt. Was wir an der Stelle haben mit dieser Geschichte, also diese tatsächliche Grabung ist, und das ist eher ungewöhnlich, deswegen sehr schön, eine reale Begründung für diese Urban Legend. Also tatsächlich hat es ja diese Bohrung gegeben, das ist ja eher ungewöhnlich, dass man für eine Urban Legend tatsächlich einen Beleg hat. Hat man ja nicht so oft. Das Ganze hat man wahrscheinlich auch deswegen nach Sibirien dann verlegt, weil Sibirien, also Sibirien ist eher im Begriff als die Kola-Halbinsel. Von der hat wahrscheinlich kaum jemand was gehört von Sibirien natürlich schon. Sibirien hat durch die ganzen Gefangenenlager und all die schrecklichen Dinge, also wurden ja schon längere Zeit in Russland Gefangene nach Sibirien verbannt, sowieso einen schlechten Ruf. Und da hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, wenn man schon so eine Geschichte in die Welt setzt, dann passt das ganz gut. Ja, das war der eine Teil, aber auch damit ist es noch nicht ganz getan. Es geht ja noch weiter. Genau, denn die Geschichte ist dann nochmal tatsächlich befeuert worden. Und das ist jetzt wirklich ganz folgt, nämlich von einer einzigen Person, die dann nochmal der ganzen Sache nochmal, sagen wir mal, etwas Würze gegeben hat. Und zwar war das ein norwegischer Lehrer zu Besuch in Amerika, der den Namen Arge Röndollen, sage ich jetzt mal. Wie auch immer. Wir wissen, mein Norwegisch ist ja ein bisschen eingestaubt, aber dieser Herr Röndollen hat Theologie studiert mit einem guten Freund zusammen, der dann Priester geworden ist. Herr Röndollen hat sich dagegen entschieden, ist Lehrer geworden und war in den Vereinigten Staaten zu Besuch. Und als die dann zusammen in Kalifornien irgendwie so Urlaub genossen haben, da haben die dann den Bericht gesehen, der auf einem christlichen Sender lief, dem Trinity Broadcasting Network. Und haben sich erst total amüsiert über dieses angebliche Tor zur Hölle. Und dann haben sie sich maßlos geärgert, weil sie dachten irgendwie, wie können die Leute so bescheuert sein und sowas als Fakten verkaufen. Und dann gibt es auch noch welche da draußen, die das glauben. Und dann sagte sich Herr Röndollen oder so, da kann man noch einen draufsetzen. Und dann hat er ein paar Fakten noch mit dazu erfunden. Zum Beispiel die Geschichte mit der flammenden Schrift am Himmel und dem Gas entströmen und so. Genau, das Gas hatte übrigens, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das Gas sollte das Aussehen einer riesigen Fledermaus gehabt haben. Ja genau. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Dann eine flammende, strahlende Fledermaus, also irgendwie so eine dämonische, apokalyptische Gestalt irgendwie. Und dann halt diese Flammenschrift, ich habe erobert. Da dachte er sich irgendwie, so kann man die Geschichte noch schön ausschmücken. Und auch natürlich diese Äußerung, dass man dann den Leuten irgendwie das Gedächtnis gelöscht hat. So ein Aller Man in Black irgendwie, mit den Blitzdings irgendwie. Das hat er sich dann auch noch dazu gedacht. Achso, haben wir gesagt, genau, das ist tatsächlich 89 gewesen, dass das in diesem Trinity war. Broadcasting. Genau, das hat er allerdings noch ohne Audiodatei. Ja, genau. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Ja, dann irgendwie. Hat er noch einen Zeitungsartikel als Quelle hinzugefügt und hat gesagt, hier ist eine finnische Zeitung. Den hat er selber übersetzt. Ich übersetze euch das mal. In dem Artikel stand es aber, ging es zwar auch um irgendwelche Ingenieure. Nee, da ging es um einen Gebäudeinspektor, der sich darüber beschwert hat, dass man irgendwie seine Meinungsfreiheit beschneiden würde. Und Herr Rendon hat diesen Artikel ausgewählt, weil auf dem Bild dazu der Typ den Finger so auf den Mund gelegt hat. So nach dem Motto, ich darf nicht frei sprechen. Und das fand er irgendwie so witzig und hat dann daraus diesen Asakoff gemacht. Also das Ganze war irgendwie ein Riesenhoax, der absichtlich in die Welt gesetzt worden ist. Genau, er hat das, das lass mich auch noch kurz erwähnen, das zu dem Fernsehsender geschickt mit der Anweisung, sich nicht durch Skeptiker beirren zu lassen. Das sei die wahre Geschichte. Und die Prämisse, die er hatte und damit das glaubwürdig war, war dann, dass er seine, also die Prämisse war, dass dieser Fernsehsender es ohne weitere Prüfung weiterverbreiten würde. Das war die Idee, die er hatte. Er hat, damit er noch ein bisschen legitimer wirkt, seinen Namen, seine Anschaft angegeben und hat einen von ihm befreundeten Priester in den Vereinigten Staaten, als Kontaktquelle in den Vereinigten Staaten angegeben. Und das war als Legitimation gedacht. Den hat er auch tatsächlich mit eingeweiht. Das heißt, also hätte sich jemand bei ihm gemeldet, dann hätte er das natürlich alles irgendwie zumindest aufklären können. Also er wollte die Leute, wenn sie dann auf ihn kommen und auf ihn zukommen, auch nicht länger hinters Licht führen. Das heißt, allen, die ihn dann angeschrieben haben, und das waren verdammt viele, den hat er so einen Standardbrief zurückgeschickt nach dem Motto, sorry, das war alles ein Hoax, ich habe mir das nur ausgedacht. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Geschichte irgendwie ausgerottet worden ist, im Gegenteil. Ne, also ab 1990 war das Ding dann in der Welt, der Fernsehsender, Trinity News Network hat darüber, oder Broadcasting hat darüber berichtet, hat also ganz klar die Geschichte als wahr verkauft. Und hat es auch noch an ein paar andere Leute weitergegeben, also so Priester und so Fernsehprediger irgendwie, die es dann natürlich auch schön, das war Wasser auf ihrem Mühlen dann weiterverbreitet hat. Der Artikel wurde als Artikel aus einer norwegischen wissenschaftlichen Publikation tituliert, obwohl das gar nicht stimmte? Ne, das Blatt, dessen Namen ich nicht aussprechen kann, das findet man aber dann in den Quellen, entpuppte sich dann nicht als wissenschaftliche Publikation, sondern auch als so ein christlich geprägtes, evangelikales, finnisches Blatt. Aus dem man den Artikel gemobst hatte. Damit war die Geschichte in der Welt, wenn man jetzt also heute durch das Internet so ein bisschen braust, findet man ganz, ganz viele Quellen, die sich darauf beziehen. Es gibt ganz viele amerikanische Fernsehpriester auf YouTube, die diese Töne aus der Hölle immer wieder vorspielen. Und ja, ich denke mit unseren Ausführungen sollte allen klar sein, was es mit den Sounds of Hell oder dem Anbohren der Hölle zu tun hat. Ich will aber noch sagen, diese tatsächliche Bohrung, die da stattgefunden hat, die näher zu beleuchten oder sich da mal näher zu informieren, das lohnt sich auch in jedem Fall. Es war nämlich eigentlich ganz spannend, was die rausgefunden haben. Also alle geologisch Interessierten unter euch, die werden da sicherlich sowieso wahrscheinlich einiges drüber wissen, aber vielleicht auch noch irgendwie ein paar spannende Hinweise finden, wenn sie sich näher damit beschäftigen. Weil man zum Beispiel tatsächlich, also man hat Geräusche aufgezeichnet. Man konnte tatsächlich auch so tektonische Bewegungen irgendwie nachvollziehen. Insofern finde ich das Ganze schon irgendwie faszinierend. Es war eben nur kein Tor zur Hölle. Ja, sondern man hat sogar teilweise eine Bestrebung gehabt, damit Erdbeben vorhersagen zu können. Also das war schon eine relativ ernstgenommene Forschung, die natürlich sehr, sehr aufwendig war. Aber natürlich auch so, ich kann am längsten oder in dem Fall am tiefsten. Ja, und es sind eben nicht so viele Rohstoffe gefunden worden, wie die russische Führung sich das erhofft hatte. Aber Gold haben sie gefunden. Ja, natürlich. Somit ein bisschen. Genau. Also soviel zu dem Sounds of Hell Hoax. Den wir euch ja an dieser Stelle mal näher bringen wollten mit einer schönen Geschichte zur Jahreseinstimmung. Und dann müssen wir jetzt nochmal die etwas ungemütliche Story der Woche aufklären. Und dann gibt es nochmal so einen ganz kurzen Abriss von verschiedenen Dingen, die natürlich passiert sind und passieren werden. Wenn wir dürften, müssten wir diese Sendung eigentlich mit Sympathy for the Devil beschließen. Aber da hat die GEMA ja wieder was dagegen. Schmuggeln böse Drogenhändler, ihr Gefahrengut in ausgehöhlten, toten Babykörpern? Oder ist das auch nur eine Urban Legend? Und da kann man zu unserer aller Erleichterung sagen, ja, das ist tatsächlich eine Urban Legend. Und zwar eine, die ja schon eine sehr lange Geschichte hat, schon sehr lange durch die Erzählungen geistert und dann natürlich auch durchs Internet. Die hat natürlich einfach als Motiv den Hintergrund, dass man zeigen will, wie skrupellos, menschenverachtend und auch fernab von jeder vernünftigen Realität alle Leute sind, die irgendwas mit Drogen zu tun haben. Tatsächlich ist aber nirgendwo ein solcher Fall tatsächlich polizeilich aufgezeichnet worden. Das ließe sich ja eigentlich auch relativ gut nachprüfen, denn in Polizeiakten würde sowas natürlich so ein furchtbar grausamer Mord, erst recht wenn er so gehäuft auftrete, wie das hier die Urban Legend nahelegt, auf jeden Fall aktenkundig. Und das ist nicht der Fall. Da sind wir sehr, sehr erleichtert, dass an dieser Geschichte nichts dran ist. Ja, was hat es gegeben zwischen den Jahren, ist ja auch so ein unsäglicher Ausdruck, zwischen den Jahren. Also ich muss an der Stelle einmal erwähnen, dass ich zu Besuch war in meiner Heimatstadt und in meiner Heimatstadt ist ein weiterer Podcaster beheimatet, nämlich der Sven vom Kulinaricast. Und der Sven vom Kulinaricast hat mich bekocht und wer meine Twitter-Timeline verfolgt hat, der hat gesehen, was ich da gekriegt habe. Ich habe wunderbares Zeug und ich kann nur jedem raten, der sich für Kochen interessiert, sich die Sachen von dem Sven anzuhören, den Kulinaricast. Und dann kann man nämlich wunderbar kochen lernen. Und wenn der Sven sagt, dass der Hobbykoch-Podcast auch super ist, weil die beiden sich inzwischen sehr gut kennen, dann kann man sich auch den Hobbykoch-Podcast anhören. An der Stelle dann nochmal vielen, 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 vielen Dank an Sven, dass er sich so viel Mühe gemacht hat. Und das war ein extrem netter Abend, den wir da um Weihnachten herum hatten. Da muss ich ihn einfach nochmal persönlich hier in dieser Sendung so ausführlich für grüßen. Das war ein ganz, ganz toller Abend, mit ganz vielen Gesprächen. Das war ganz super. Dann am Dienstag, wir gehen mal in die Vorausschau. Am Dienstag hier in Hamburg sollte man sich, wenn man dann irgendwie die Gelegenheit hat, das nicht entgehen lassen. Der große Guru, unser aller Führer Lorenz Mayer, als Cheng Fui auch bekannt. Gönnt uns eine Audienz. Gönnt eine Audienz und zwar im Haus 73, da wo auch wir damals Skeptic in the Pub hatten. Nämlich es ist Skeptic in the Pub mit Lorenz Mayer, mit Cheng Fui. Beginnt um 19.30 Uhr und ich habe so das ungute Gefühl, das könnte relativ voll werden. Aber wer da die Gelegenheit nutzen möchte, sollte vorbeischauen am Dienstag, um Cheng Fui zu sehen. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ich ganz kurz ansprechen möchte, die so ein bisschen langfristig auf uns zukommen. Zwei Veranstaltungen, von denen wir sicherlich berichten werden. Bei der einen werden wir sogar ganz aktiv dabei sein. Nämlich wird der Mai ein sehr voller Monat, wie ich so langsam für mich hier feststelle. Und das beginnt quasi Ende April und geht bis Anfang Mai zunächst mal. Und zwar ist hier in Hamburg vom 30. April bis Sonntag, dem 5. Mai, so ist richtig, der Humanistentag hier in Hamburg. Und das ist eine ganz super Veranstaltung. Parallel dazu findet hier der Kirchentag in Hamburg statt. Und der Humanistentag wird eine Veranstaltung sein, die hier in den fliegenden Bauten stattfinden wird. Natürlich das allein schon hat Eventcharakter. Genau, also riesige Zirkuszelte. Wer das nicht kennt hier in Hamburg, sieht super schick aus. Und da gibt es ganz, ganz viel Programm. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr gute Veranstaltung, wo auch Theologen zu Wort kommen werden. Das wäre zum Beispiel ein ehemaliger katholischer Bischof, wenn ich das richtig auf der Kette habe. Und ein hochrangiger evangelischer Geistlicher, die nicht mehr in der Kirche sind, sich äußern. Aber es werden auch Kirchenvertreter dort vor Ort sein. Ja, also es wird ein ganz, ganz spannender und sicherlich auch ernsthafter und mit Zündstoff versehener Austausch. Aber wer jetzt Angst hat, dass das Ganze nur ständig bierernst ist und ganz gesetzt und getragen, den kann man beruhigen. Das Ganze findet auch in einer total unterhaltsamen, lockeren und lustigen Atmosphäre statt. Genau, das Ganze findet in der Väterleitung der Giordano Bruno Stiftung statt. Wir haben auch schon mitbekommen, was für Kabarettisten und Musiker angefragt worden sind. Da möchten wir bei niemanden verrückt machen, weil da noch nicht alle Zusagen erfolgt sind. Aber das wird eine ganz, ganz spannende Veranstaltung sein und wir werden darüber berichten. Und für uns ist das auch so ein Einstieg, uns ein bisschen intensiver bei Huxela mit dem Thema Humanismus zu beschäftigen. Ganz oft wird ja gesagt, dass Atheisten eben schlechte Menschen sind, weil sie den moralischen Kompass der Kirche nicht vor sich her tragen. Und da gibt es aber andere Einrichtungen. Wer das Interview mit Bernhard Hoäcker damals gehört hat, der hat sich auch darüber Gedanken gemacht. Es gibt also auch andere Einrichtungen, die sich mit moralischen Dingen beschäftigen, mit moralischen Werten. Und das möchten wir in diesem Jahr 2013 beleuchten. Weiteres Thema werden natürlich, auch das haben wir angekündigt, die Präastronautik sein. Da wird es demnächst auch einige Episoden zu geben. Aber das sind so die beiden großen Schwerpunkte, die uns 2013 begleiten werden. Das ist die erste Maiwoche. Wer dann in der zweiten Maiwoche noch Zeit hat, der kann vom 9. bis zum 12. Mai. Achso, und wir werden, das ist schon fest gewesen, wo es noch nicht ab wann, wie und wie viele, aber wir werden Eintrittskarten für den Humanistentag verlosen. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und vielleicht ganz kurz, weil das so auf den Nägeln brennt. Und warum das auch wichtig ist, sich mit dem Humanismus zu beschäftigen. Und es wird uns ja auch vorgeworfen, gegen die Kirche zu sein. Gegen die Kirche vielleicht sogar, ja, gegen Glauben nicht. Aber ich will ganz kurz nur eine Zahl in den Raum stellen. Der Hamburger Senat wird für den dreitägigen Kirchentag, der hier in Hamburg stattfindet, wird siebeneinhalb Millionen Euro bereitstellen. Siebeneinhalb Millionen Euro Steuergelder, nicht Kirchensteuergelder, sondern Steuergelder. Und wenn man sich zeitgleich anguckt, dass hier in Hamburg zum Beispiel Kindertagesstätten zugemacht werden, weil der Senat, weil der Stadtstaat nicht genügend Geld hat, da muss man sich mal fragen, ob Geld immer so. Da die Relation noch stimmt. Zumal auch gerade Kindertagesstätten, es wird immer gesagt, naja, die Kirchen unterhalten ja Kindertagesstätten und Kindergärten. Das nur mal. Deswegen ist das wichtig, dass man auch darüber mal informiert, um Dinge auch deutlich zu machen. Also da gibt es Eintrittskarten für. Da werden wir vor Ort sein, sicherlich, wenn es eben gerade geht, alle Tage und werden auch berichten. Und da werden wir sicherlich Meek & Greed und solche Dinge auch hinbekommen. Das ist der Humanistentag. Genau, und Hörertreffen. Hörertreffen sowieso auch. Das müssen wir sowieso wieder mal demnächst machen. Und das zweite große Event, was dann kommen wird, ist die GWP-Konferenz 2013. Begeben wir uns vom Norden in den Süden. Genau, die in Köln stattfinden wird in diesem Jahr. Und zwar vom 9. bis zum 12. Mai. Und die GWP-Konferenz hat so ein bisschen das Schmankel, dass wir selber aktiv sein werden. Das freut uns auch ordentlich. Wir sind beim Publikumstag, das ist nämlich der Donnerstag, eingeladen worden. Und dürfen sozusagen mit Bernd Harter zusammen, der den Publikumstag immer leitet, den Publikumstag eröffnen. Denn wir haben den ersten Vortrag über düstere Legenden, den wir halten werden. Und das wird sowieso für uns schon mal eine super Veranstaltung. Denn ja, wir haben den Herrn Bartoschek im Anschluss, der zum Thema Spukz etwas erzählen wird. Und dann wird es nochmal Marc Bennecke geben. Und abends gibt es eine Zaubervorstellung am Publikumstag. Also das ist der Tag, an dem wir ganz involviert sind. Und es gibt noch weitere interessante Vorträge am Freitag und am Samstag bei dem Tag, also endet sogar schon am 11. Mai, sehe ich gerade. Der Sonntag, den habe ich mir nur eingetragen, für die Nachwehen wahrscheinlich. Also das Dreitage-GWP-Konferenz in Köln, Preise etwas erschwinglicher. Und auch da werden wir euch auf den Waufen halten. Es steht unter dem großen Schlagwort Pseudotherapien. Und das wird sicherlich auch eine ganz spannende Angelegenheit. Ja, das sind die Termine für 2013, für das Frühjahr auf alle Fälle. Ja, haben wir sonst noch irgendwas zu berichten vergessen? Wir müssen uns nochmal ganz herzlich bedanken für die große Unterstützung, die wir 2012 von euch erhalten haben. Ja, das war ein fantastisches Jahr. Also jetzt kann man ja wirklich das Fazit ziehen. Und das war einfach, das war wie so eine Achterbahnfahrt irgendwie. Das war einfach toll irgendwie. Vielen Dank an euch alle. Genau. Und wir wollen keine Flatter-E-Mail schreiben. Wir haben da lange drüber nachgedacht, ob wir euch eine Flatter-E-Mail schreiben, die dann Danke besagt. Aber da haben wir gedacht, naja, wir machen das lieber in der Sendung. Denn all diejenigen, die die Sendung hören, sind auch diejenigen, die uns unterstützt haben. Und das war ganz toll. Und dafür vielen Dank. Achso, und ich war beim 29C3, fällt mir bei der Gelegenheit ein. Ja, ja. Genau, das war auch sehr, sehr lustig. Mit einem sehr großen Podcast-Workshop, der irgendwie so nicht geplant war. Wo dann am Ende doch relativ viel von Tim Bricklove kam, der über das Podlove-Projekt spricht. Sehr für Insider des Podcastings gedacht. Also deswegen, das nur am Rande erwähnt. Und für all diejenigen, die fragen, ein Video von dem Workshop ist gemacht worden, wann und wo das erscheinen wird, da habe ich gar keine Ahnung von. Das machen die Organisatoren vom 29C3, das macht der CCC. Da muss man einfach mal schauen. Wenn es kommt, werde ich sicherlich über die üblichen Social-Media-Kanäle ankündigen. Ja. Und du sagst jetzt gerade nochmal, weil wir wieder da in letzter Zeit auch ein paar Mal darauf angesprochen worden sind, warum immer ich die Sendung eröffne und du nicht. Weil ich das so will. Sag es, sag es. Ja, weil ich das so will. Was ich jetzt nicht sehe, ist die Waffe, die ich Alexa an den Kopf halte. Ja, genau. Das ist ein lang geprobter Mechanismus, der da abläuft, dieses gegenseitige Gesicht bedrohen und unter Druck setzen. Das kann Alexa übrigens aber auch. Echt? Ja. Nein, ach komm, ich bin immer lieb. Ja. Also das auch zu diesem Rätsel mal die Antwort. Ich muss die Sendung eröffnen. Ich will das gar nicht. Ich muss. Ich eröffne meine Sendung. Die ganzen E-Mails, wann antwortest du jetzt? Genau. Was, wie? Meinst du die entfristeten E-Mails, die... Hier, deine Sendung, noch ganz wichtig, müssen wir noch erwähnen. Hörbücher bei den Blackstreet Stories. An der Stelle. Genau. Also wir haben bei Blackstreet Stories, und wenn ich sage wir, meine ich eher dich. Jetzt Hörbücher eingestellt. Ja, man kann jetzt auch den ersten Band von Justine an einem Stück hören. Das sind fünf Stunden ungefähr, ne? Warte mal, ich gucke mal gerade rein. Wir haben, glaube ich, nur so eine Statistik jetzt auch freigestaltet. Vier Stunden, 56 und 40 Sekunden. Ja, kann man jetzt Justine hören, in geballter Ladung. Mal gucken, wie lange ihr das aushaltet. Genau. Und was ja so geht, die erste Geschichte ist auch, die sich als Hörbuch lohnt, aber trotzdem komplett abgeschlossen ist, ist der Vampir von John William Polidori. Auch das findet man schon auf der Seite Hörbuch-Download zum Download. Genau. In allen möglichen Formaten. Genau, alles was es so gibt. Und das Besondere ist, da sind jetzt auch Kapitelmarken dabei. Also insbesondere bei Justine, bei den fünf Stunden ist das ganz angenehm. Und die Dinger werden, so man denn dann Apple-Devices hat, die auch so eine Hörbuchfunktion haben, dann auch direkt als Hörbücher in iTunes und damit dann auch auf den Endgeräten eingebunden, da wo sie hingehören. Das ist also das Neue und es wird immer, wenn es jetzt dann größere Sinnzusammenhänge gibt, weitere Hörbücher dann direkt geben. Und ich werde mich jetzt der Audioproduktion auch beruflich widmen. Das heißt, es wird in nächster Zeit noch ein paar andere Projekte, Möglichkeiten, Dienstleistungen oder was auch immer, wie man das nennen möchte, geben, auf die wir vielleicht an dieser Stelle dann mal hinweisen werden. Genau, da muss dann Alexa massiv unterstützt werden. Was sonst denn verpleitend, können die wieder Hochschüler machen. Ja, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Nein. Ist schon, dann wohnen wir nämlich unter der Brücke und haben kein Internet mehr. Nein, es ist eine neue berufliche Chance. Das ist unmöglich. Und vielleicht noch als letzter Hinweis bei den Blackspeed-Stories. Wo ist das Loch, wo ist das Loch, wenn man es braucht, in dem man verschwinden kann? Die aktuelle Story Einwegzeitreisen ist eine ganz aktuelle Geschichte, die du gelesen hast. Eine Kurzgeschichte, die Einwegzeitreisen, dann könnt ihr ja mal raten, was es sich handelt. Ja, eben, eben. Ja, ich fand es toll, ich mochte sie. Es ist eine Kurzgeschichte, die Folge ist ein bisschen kürzer als alle anderen, aber die Geschichte selbst hat es echt in sich und ist von einem Autor, der schon viele Geschichten geschrieben hat, der auch viele Geschichten schon veröffentlicht. Und Sönke Scharnhorst heißt dieser Autor, ist auf jeden Fall ein interessanter Schreiber, ein interessanter Autor. Und ich kann das jedem wirklich nur wärmstens empfehlen, da mal reinzuhören. Und wer Geschichten auf der Pfanne hat, soll die auch mal an die schicken. Ja, genau. Hört euch das mal an. Wenn ihr sagt, so eine Geschichte habt ihr auch noch irgendwo rumfliegen, dann könnt ihr die von der bezaubernden Alexa vorlesen lassen. Jetzt haben wir alle total genervt. Ja, genau. Wir haben alle schon links abgeschaltet. Machen wir mal Feierabend für heute. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder bei Hoxhler, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und bis dahin bleibt mir immer nur zu sagen, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxhler.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxhler ist eine Rackerture-Production aus dem Jahre 2012.